Hallo, wir sind's wieder, Messmann und Elisa aus der Energy Toast Show. Welch großartige Bescherung. Wir bescheren euch nicht nur das größte Indofestival der Region. Nein, wir holen sogar alle eure Stars auf eine Bühne. Und zusammen feiern wir dann am 1. Dezember die Energy Music Tour 2012. Mark Forster pilgert zur Energy Music Tour und mit Pilgern, da kennt er sich aus. Ich hatte irgendwann so einen Punkt in meinem Leben, wo ich dachte, ich muss irgendwas Krasses machen. Ich war nicht ganz zufrieden mit der Richtung und dann hat mich ein Freund auf den Jakobsweg gebracht, der den vorher gelaufen ist. Und den bin ich gegangen und bin dann dahin gefahren, hab mir erst das ganze Equipment gekauft und das war mit die beste Zeit meines Lebens. Musik machen bereitet ihm auf jeden Fall mehr Spaß als Paragrafen zu lernen. Deswegen hat er auch sein Jurastudium abgebrochen. Außerdem ist er sehr multimedial unterwegs. Er schreibt seine Texte für die Songs meist auf seinem iPhone. Zwei Kometen, ein Echo und zwei goldene Stimmgabeln. 147 Millionen Videoaufrufe auf ihrem YouTube-Channel und 72 Wochen mit dem Album Neues auf Platz 1. Das sind die Söhne Mannheim. Musik Seit dieser Woche bestätigt Medina. Sie hat auch auf energy.de gebeichtet und zwar verschönet sie Bilder in Hotels mit ihrem Make-up, weil es ihr dann einfach besser gefällt. Er ist der Newcomer des Jahres 2012. Sein Konzert in der Schleierhalle ist schon ausverkauft. Das schreit ganz klar nach einem Zusatztermin und wir holen ihn nochmals in die Energy-Region. Er kommt zur Energy-Music-Tour 2012. In Poesiealben hat er früher immer geschrieben, dass er gerne Taschendieb werden wollte. Jetzt spielt er aber lieber Musikinstrumente. Ein bisschen Klavier, ein bisschen Gitarre, Blockflöte und was ich echt richtig gut kann, ist die Angel. Fühlt sich an, als ob man fällt. Nichts, was uns jetzt noch hält. Nur wir zwei gegen die Welt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann sichert euch jetzt die Tickets auf stuttgart.energy.de. Musik Tour Musik Tour